So eine kleine Anecote, wo wir so ein bisschen Stimmung vielleicht auch hier so dichttechnische Stimmung machen könnten hier auf der Bühne, wie das? Stephanie, dieses Lied hier, mein Schatz, ist nur für dich. Stephanie, dieses Lied hier, mein Schatz, ist nur für dich. Stephanie, dieses Lied hier, mein Schatz, ist nur für dich. Stephanie, dieses Lied hier, mein Schatz, ist nur für dich. Mein Schatz, mein Schatz, ist nur für dich. Mein Schatz, mein Schatz, ist nur für dich. Die Amon, die Amon, das heißt ich, die Sonne, auf deinen Univor. Die Amon, die Amon, die Amon, die Amon, die Amon. Ich habe ein Dick. Jetzt gucken alle Frauen hier, die Männer, die männer gucken jetzt mal tomorrow an, am 1840 Partner, erstmal eine Frau. Ich verliebte den Weg, schau jetzt bei den Ballern an. Ich verzweifle den Weg. Alle Männer, mach ich mal. Ich will ja, ich will ja, ich will ja. Die haben wir, die haben wir. 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 Jetzt sagen wir jetzt, wir kommen noch mal an. Wir zeigen mal, die die in euch steckt. Achtung jetzt. Zwei, drei, vier und. Die haben wir, die haben wir. Die haben wir, die haben wir. Die haben wir, die haben wir. Die haben wir. Okay, jetzt waren wir alle gemeinsam. Die haben wir, die haben wir. Die haben wir, die haben wir. Die haben wir, die haben wir. Wow. Super. Oh Gott! Vergesst die Führerbörse! Wir machen jetzt hier einfach mal die. Es gehört auch wieder die Führerbörse! Ey Hammer! Mann, Mann, hat's dir früher erklärt. Niemals Mann, mit einer Frau verkehrt. Und alles hab ich nicht bewusst als junger Mann. Dass ein Furz an euch Frau ansteht im Nacht. Dass es nicht reich von dir will. Dass es nicht reich von dir will. Dass es aus, wenn noch mal so laut kann. So was hat meine Störung nie, noch nie will. Aber noch reich von dir ist es. Der Künstler ist nur ein wenig. So was hat meine Störung? Man kann so lange nicht mehr wissen, wenn noch nicht mehr, aber noch nicht mehr in die Störung. Ich weiß, ich bin nicht besonders froh, aber die Strategie neben mir ist noch viel, viel kleiner als ich. Ich war 16 und sie ganz aus Maten, und von mir wusste ich nicht viel, ich dauerte hin und stürzte. Und sie schießt, ich hab keine Lust mehr, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und gleich zum Abschluss noch eines, das ihr allen mitzingen könnt, und zwar von anderen an, das geht manchen oder sogar schon langsam auf den Peks, nach dem ich mir gedacht habe, okay, das schießt. Und wie gesagt, ihr habt bewiesen, dass ihr singen könnt, singt es mit, dann werde ich auch aufgestanden zu klären, okay? Und sie ist die eigene Himmala, die Himmala, die Himmala, die Himmala. Und sie ist die eigene Himmala, die Himmala, die Himmala, die Himmala, die Himmala. Und sie ist die eigene Himmala, die Himmala, die Himmala, die Himmala, die Himmala, die Himmala. Vielen Dank.